Ich heiße Heiko Sand, arbeite in den Weißiger Werkstätten, Handmontage und Verpackung. Bei dem Projekt Mein Reiz mal weiß, da geht es um die UN-Kommission, über die Rechte von Menschen mit Behinderung oder Leidenschaftlichkeiten. Bei dem Artikel 19 steht Zeit, bestimmt das Leben und ein Teil der Gemeinsamkeit zu sein. Mit der Schulung habe ich gesehen, dass er ein guter Trainer werden wird. Nun wenden wir uns den Artikel 22. Es legt sich dann eben, man hört den anderen zu, wie sie das machen und da sagt man ruhig bleiben oder man kriegt eben Mut von anderen, das packst du schon und dann klappt das auch.